Wir sind hier im Naturhistorischen Museum in der Slowakei, da haben wir einen Medved, also einen Braunbären. Schaut sehr, sehr riesig aus. Da gibt es jede Menge Knochen, die kleinere Knochen, keine Ahnung, aber das fangen wir hier nach einem Wolf oder sonstiges aus, ein Bär hat einen größeren Kopf, aber doch von Braunbären. Doch ein Braunbär, da steht Braunbären, also doch von Braunbären. Fliedermäuse. vor. Untertitelung. BR 2018 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 Von diesen schönen Bären verabschieden wir uns jetzt von dem Museum und jetzt geht wieder zurück auf die Hohetata. Untertitelung. BR 2018